Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Geklautes HD. Was? Warum? Weil der Part bei dir kommt heute. Ach so. Es ist doch das letzte Mal, dass ich das sage. Das ist irgendwie voll traurig, der letzte Part mit dieser Begrüßung. Ich muss irgendwann ein Real Let's Play dazu machen. Ja? Für 20 Jahre. Ja gut. Na gut, dann schauen wir doch mal, was der Endbus so drauf hat. Hätte sogar ein bisschen hinlaufen können. Ja. Das wird dunkel. Ach, die mit der Partyschlange. Ja. Zeldon. Wir haben sie wiedergefunden. Seid willkommen in meinem Palast. Du bist also dieser Gennendorf? Wie schön, dass man sich endlich kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen. Die Götterinnen wollt ihr besiegen. Mit eurer Kraft, die dann doch nicht so kräftig war. Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch wiederfuhren, nährten meine Macht. Und es war eurer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach. Kraft. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Göttinnen vorbehalten ist. Nur der, der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Nun gut, versucht nur, um mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen, mit eurer Freundschaft und euren sogenannten Werten. Tja. So gut beschützt, musst du nun auch nicht. Nein. Da müssen wir jetzt erstmal alleine kämpfen. Ja, mit nah. Ui. Gegen grimmig guckende Zelda. Sah dir schon immer so creepy aus. Betöricht gegen einen König zu tabellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Aber so sei es. So spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Kannst du dir unter dem Ruck gucken? Ich weiß es nicht. Gennons Marionette. Zelda. Sie hat ein bisschen blau im Gesicht. Ich weiß nur nicht, was ich mit ihr machen muss. Ehrlich gesagt. Zur Not erstmal ausweichen und gucken, bis sie was macht. Also ich erinnere mich an diese Phase, an diese erste, aber was ich jetzt machen muss... Oh, und den Hacker kenne ich auch als Hyrule Warriors. Ja. Ich schieße einen Fall ins Gesicht. Oh. Sie steht nicht auf Pfeile. Na gut. Dann spiel Tennis. Nein, ich wollte raussp... Wobei du dem noch ausgewichen bist. Ich dachte irgendwie, sie macht jetzt was anderes. Meinst du, ich muss mit ihr Tennis spielen? Ich glaube, das war eine Tennis-Phase. Ja. Sieht nach Tennis aus. Autsch. Autsch. Etwas spät geschlagen. Erstmal das Timing wieder rausbekommen. Ja, klar. Das dauert immer so ein bisschen. Jetzt pfeil. Jetzt pfeil. Pfeil? Auch nicht. Irgendwie nicht. Und dann war das auch mal so, wenn du in Parallelismus musst du nahe, meistens ein Pfeil ins Gesicht schießen. Oh. Autsch. Ja, ich bin mir auch mal wieder so ein bisschen daran gewöhnen. Mhm. Aber das wird schon. Close one. Wenn sie halt auch immer so macht, dass ich genau in der Mitte stehe. Hat sie sicher so geplant. Nein, Zelda, nein. Wir mit ihr Pingpong spielen. Aber es ist so gemein, dass er Zelda benutzt. Mhm. Was? Ach, wie hätte mein Schwert nicht draußen? Wow, Link. Das ist dir die ganze Zeit über nicht aufgefallen, dass du dein Schwert nicht rausgezogen hast? Nein. Ich habe mich auf Zelda konzentriert, logischerweise. Denken wir auch. Jetzt sieht er denn eigentlich das Schwert raus? Und der Ball erst kommt? Okay. Sie hat sich ja schon einen Plan. Ich habe immer einen Plan. In der Fall geht auch nicht. Nee. Ich muss sie erst ein paar Mal so treffen. Kann auch sein. Bevor sie dann runterfällt. Warum kann sie überhaupt fliegen? Ja, das ist nur eine Marionette. Kann uns zieht sie quasi wahrscheinlich auch an den und her. Ja. Aber echt, sah die damals schon so gruselig? Mein Schwert ist übrigens nicht gezogen. Sah sie damals schon so gruselig aus? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, Zelda. Nein. Aber dass wir gegen sie kämpfen müssen, finde ich immer noch so. Nee. Und mit einer Lichter hinten auch. Ja, mit einer Sau so ein kleines bisschen K.O. Nein, ich wollte rausspringen. Ich hatte auch zur Seite gedrückt, aber Link meinte so. Kamera an sich sagte, no Rückwärtssprung. Ja. Aber die Musik ist schon cool. Zelda, kannst du nicht? RNG, please. Ich glaube, es ist echt so der Albtraum jedes Speedrunners. Wenn der einfach mal nicht die Kugel macht. Ja. Ich habe Geduld. Ah, okay. Jetzt will ich einfach noch ein paar mal die Kugel geben. Im Übrigen, was das Timing betrifft, einfach maschen. Es schlägt auf jeden Fall dann. Na dann. Es hat zumindest bei mir gerade funktioniert. Das ging doch, nachdem man das Timing so ein bisschen raus hat. Ich habe mich auch einmal von jeder Tacke treffen lassen. So wie ich das natürlich geplant hatte. Zu Vorführungszwecken. Wie immer. Ja, sieht wieder ein bisschen normaler aus. Ja, zum Glück. Und jetzt wieder zu zweit. Mhm. Werden wir auch für das brauchen, zu was er jetzt wird. Ja. Auch da habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Aber das werde ich schon herausfinden. Also diese Wunde auf dem Bauch sieht ja auf jeden Fall gar nicht verdächtig aus. Nein, nein. Schattenbestie Gannon. Diese Musik. Ah, das war wieder diese geniale Musik. Moment, oder war das, wo man ihn erst mit dem Pfeil abschießen musste? Weiß nicht. Ich glaube. Ich habe es mir in Erinnerung, dass du ihn irgendwie auffangen musstest. Moment. Also ich weiß, es gab eine Phase, wo ich glaube ich mit dem Wolf irgendwie in die Seite beißen musste und dann mit Link zuschlagen musste. Vielleicht muss ich mir aber erst einen Pfeil in die Stirn schießen. Na dann. Na dann. Ähm. Die Phase, die ich im Kopf hatte, mit dem Wolf gekommen ist erst später. Das kann gut sein. Ich muss das jetzt ja auch erstmal... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mache es mal mit dem Wolf lieber. Na dann. Ich weiß nicht. Das kann ich ihm so schön in den Bauch beißen. Mhm. Ja. Schnapper schwimmt er jetzt wieder? Mhm. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ähm, das war jetzt ein bisschen gemein. Minimal. Das ist aber auch nicht, dass er von oben runterfallen kann. Oder Fettsack. Da nicht, da, ne, da, da, wenn er trotzdem immer noch in die reinfliegt. Ich meine, ich kann Turo. Doch, das geht auch mit dem Schwert. Ich habe es irgendwie immer mit dem Wolf, glaube ich, gemacht. Die Frage ist, was machen wir Schaden? Ich würde sogar eher sagen, dass Master Schwert als ein Wolf ist. Vermutlich. Achte mal auf meinen unter mir und wenn du was Großes siehst, schrei. Mhm. Da, doch nicht, doch nicht, da. Wat? Sei quasi über dir. Sei quasi einfach gesprungen. Nein, das wollte ich nicht. Egal, er rennt sowieso wieder. Ja, er ist wieder weg. Wie er angetäuscht hat, der Sack. Auch nicht, da nicht. Hinter dir? Da. Da. Dann wieder von oben. Es ist halt echt schwer, wenn er nicht reinritt. Also hier kann ich ihn, glaube ich, nicht erwischen. Aber du kannst ihn echt nicht einfach anvisieren? Irgendwie nicht. Weil irgendwann am Anfang habe ich mal diesen Anvisierungsding gesehen. Mitner? Moment, was sagt Mitner noch dazu? Hätte er die Taktik geändert, jetzt lässt er sich nicht mehr täuschen. Wird schwer werden, ihn zu besiegen. Aber gegen Tiere lässt man am besten Tiere angetreten, oder? Ah, jetzt kommt die Phase. Jetzt musst du dich quasi an den ersten, zweiten Part wieder zurück erinnern. Da. Lass ihn weg. Genau. Wie damals mit den Ziegen. Stimmt. Das ist auch cool, dass man wirklich als Link hier kämpft und auch als Wolf. Mhm. Ich meine, das ist ja auch schlau, dass er sich jetzt nicht mehr so verarschen lässt. Ja. Und jetzt musst du ihn wirklich einfach abbremsen. Oh. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Muss man eigentlich gedrückt halten oder mashen? Äh, gedrückt halten, wenn er dann ankommt. Was? Guck mal, jetzt vorte er sich viel schneller hin und her. Ähm. Das ist irgendwie etwas schwierig gerade. Nur wenn halt die Anzeige unten kommt mit diesem Arsch. Die werden in irgendeine Richtung werfen. Mitner hat echt viel Kraft in dem... Haar. Ja. Ui. Okay. Aber du hast dich schon besiegt. Ja, ne? Das ging eigentlich. Stellt sich besser an als vor, keine Ahnung, fünf Jahren? Ja, kommt hin. Doch, das war eigentlich okay. Klar, bisschen Schaden und so, aber... Auch wenn ich jetzt schwitzige Hände habe. Mhm. Das sieht auch nicht gesund aus. Ja, das ist ja gelbe Dunst, ist wahrscheinlich nicht gerade lecker. Was gibt's denn für gelbes Gas? So grün-gelblich könnte Chlor sein. Ja, ne? Oder Brom, ist das eher so orange-bräunlich. Ja, guck mal, wie geben sie alle ihre Kraft wieder. Ist doch schön. Solange es mitner dann immer noch gut geht. Pr... Prinzessin. Ich... Ich... Sag jetzt nichts mitner. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meines waren eins geworden. Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Er ist doch nicht ganz besiegt. Nein. Und einfach weggeportet. Ja. Na? Ach mitner. Sie hatten eben bei sieben Beine oder das eine ist noch ein Schweiß. Hm. Was auch immer sie ja gemacht hat. Wir wurden einfach raus auf die Ebene geportet. Damit uns nichts passiert. Hm. Ja gut. Ich glaube, die beiden haben es etwas übertrieben. Minimal. Und am Ende steht leider doch wieder Ganondorf. Und der hat mitnas Helm. Åh. Ja. 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 Ja, ja. Ich bitte euch, verleiht mir die Kraft des Lichts, auf was ich das Böse besiegen möge. Die ganze Lichtgeister. Ja, finde ich schön, dass die nochmal zur Hilfe kommen. Und da haben wir die Lichtpfeile. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Ich bin auch so ziemlich je im Zelda-Spiel gefühlt. Ja, Link. Du bist der ausverwählte Held. Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Schön. Erst mit Midnar zusammen und jetzt mit Zelda zusammen. Mhm. Na dann, auf geht's in den letzten Kampf. Ich werde versuchen, Gendendorf's Bewegung mit meinen Lichtpfeilen zu verlangsamen. Nimm du ihn ins Visier und bleib nah genug an ihm, dass meine Feind ihn erreichen können. Hast du gehört, Jan, ne? Ja, denn hier tauschen wir mal. Ja, also ich denke, alles in einem Party-Credits sind ja immer so lang noch. Und dann darf Jan auch noch seinen Spaß haben. Ja, ich darf nun die Reitzszene machen. Ja, auf die habe ich auch keine Lust gehabt. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.